Kahn, Kama, hört euch aufmerksam zu, während ihr ihr dämonische Bedrohungen erläutert und von Kahn, E. Pras Vision berichtet. Es ist nicht notwendig, uns einen Vortrag über Dämonen zu halten, Mensch. Sie waren es, die unseren Clan aus unseren abgestammten Ländern vertrieben haben. Sie waren es, die uns gezwungen haben, das Ödland der Kolkar zu übernehmen, wo wir nun um unser Überleben kämpfen. Durch den Krieg gegen die Volkar hat unser Volk große Verluste hinnehmen müssen. Die wenigen, die von uns übrig geblieben sind, sind müde und hungrig. Bring meinem Volk Essen und dann können wir uns über Dämonen unterhalten. Und dann können wir uns über Dämonen unterhalten. Zeit, Düster und Kahn, Kahn Entissimo, Kahn Strang Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut, Mensch. Dies wird uns für den Moment am Leben erhalten.